So, fangen wir noch da an. Bist du, bist du Offenfeldjäger? Ja. Habe verstanden. Ja? So. Jetzt können wir die sich zu dritt umdrehen. Ja, ja, ja. Tja, der Unterricht scheint langweilig zu sein. Ich will ja nix darauf beschwören. Wir fahren ihn nur mit einem normalen RTW. Ihr könnt wieder parken. Ich brauche euch hier nicht mehr unbedingt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Leute, ich habe hier übel den blauen Fleck. Seht ihr das? Das grüne da. Das grüne. Hier. Da. Übel den blauen Fleck. Und da auch irgendwo. Aber den sieht man, glaube ich, in der Facecam gar nicht, oder? Irgendwo da ist auch noch einer, oder? Da ist das... Der? Ne. Eigentlich müsste hier auch noch mal so ein riesen Fleck sein, aber den sieht man nicht mehr. Das ist eigentlich ganz praktisch. Notarzt begleitet nicht mehr, das ist ja gut. Was war denn das überhaupt? Hilflose Personen. Ja gut. Das hat sich denn auch erledigt? An sich finde ich das ja eigentlich ganz cool mit der Bundeswehr hier. Den hier. Auch wenn das ein bisschen bedrohlich wirkt hier. Als würde man gleich abgeschossen werden, wenn man hier rauf fährt. Naja, was soll's. So. RTW benötigt Notarzt. Ja, es wird einfach mal das Opfer instabil. Ich glaub's ja wohl. Fahrzeug. Was gibt? Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug. 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 Der Medebach ist ja immer noch hier. Fahrzeug 20. Ja, da haben sie sich verkeilt oder so. Würde ich fast behaupten. Egal. Guck mal, der macht doch so schöne Lichter hier. Aber hier der Medebach gefällt mir. Guck mal, der blinkt viel schöner als der Wegberg. Da ist die Beleuchtung viel schöner. Also, zumindest das Blinklicht. Schöne Autos, du. Schöne Autos. Hä, der Notarzt ist noch... Hey, warte, der Notarzt... Achso, der Notarzt kommt aus der Klinik. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Okay. Behandeln und abtransportieren. Eins. Hehehe. Eins. Hörpferfer. Was? Der Medebach ist noch in der Nähe. Das NEF kommt. Und der Christoph 25. Auftrag Nummer 8. RD Auftrag Nummer 9. RD Auftrag Nummer 10. Notarzt 882.1. Zudem kommt... Der Christoph 25. Der Christoph 25. Achtung. Einsatz für den Christoph 25. Es geht in den Hochsauerlandkreis nach Winterberg. Wiederholer Einsatz. Christoph 25. Es geht nach Winterberg in den Hochsauerlandkreis. Wiederholer Einsatz. Ich bin unterwegs. Sofort. Was gibt's? Auf dem Weg. Geil da und rette. Rette die Annette. Rette die Annette. Ah. Ja, Notarzt kommt auch zur Einsatzstelle. Dauert bloß ein bisschen länger. Du sollst den hier auch erstmal stabilisieren. Ja. Oh, da hätte er fast die Person da überfahren. Hab das gesehen. Was ist denn hier los? Guck mal, da ist schon Christoph. Christoph startet. Ich glaube, das ist eine Szene, die man nicht zeigen sollte. So. Steht da drauf. Rettungsdienst. Ich liebe diese... Boah, boah. Boah. Logisch. 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 Nein. So, einer von euch sitzt da bitte wieder auf. Oh, fliegt den Mann nach hier. Bitte. Das sieht ja scheiße aus. So. Die macht da. Der ist da drauf gelandet. Oh Mann. Was soll denn das? Der ist ein Vorgehen unterwegs. So oft. Thäurisch brauche ich jetzt noch einmal Pool. Zur Absicherung des Helis. Achso, da ist ja schon lange da dran. Also brauche ich den nicht mehr. Jaap. IrgendWas wollt ihr noch erzählen. Ich hab mir vor der Aufnahme so gedacht. Ja, da, 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 da kannst du erzählen. Und jetzt so, ja, ich habe keinen Plan mehr, was ich erzählen wollte. Ist auch geil. Ich liebe mein Gedächtnis. Das muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen. Ähm. Einsatz, Verkehr, vor, vor dem Fahrzeug? Nein, ich will hinter dem. Hm. Egal. So, du gehst nach da, machst da dich, das Polizeiauto macht da dich, das passt. Oh. So, jetzt ist die Frage. Fliegen oder nicht fliegen? Wird ein wichtiges Rettungsmittel gebunden, ne? Jo, Leute, wir fliegen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir gefahren wären, aber scheiß drauf. Pssst. Oh. Muss ja keiner wissen. Ne? Soll ich mal ein bisschen Produktplatzierung machen? Äh. Äh. Guckt, guckt mal weg. Ah. Darf ich das zeigen, was ich trinke? Scheiße. Ist ja auch egal. Ah. Das ist ein richtig schöner Fleck, ne? Schönes, dickes Ding. Aber mittlerweile ist er ja schon nicht mehr blau, sondern grüner. Das heißt, er heilt. Ihr beide parken. Fliege ich ihn doch. Da geht's nicht durch. Doch, 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 doch. Fährt er über den Baum rüber. Habt ihr das gesehen? Oh, das ist eigentlich ein schönes Bild. Das finde ich nachher eh nicht mehr wieder, wenn ich nach Thumbnail-Motiven suche. Weil ich mir das vielleicht aufschreiben sollte. Ich mag meine Haare nicht. Äh. Glatze. Ja, ich glaube, ich mag mal eine Glatze. So. Äh. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ich hab keinen Plan mehr. Scheiß drauf. Gut. Das ist der Medebach, ne? Ich hätte gerne, dass das hier irgendwo angezeigt wird, wie die heißen. Christoph 7, Christoph 25 kommt also von hier. Am liebsten würde ich, hol ich ja immer den S.A.R. Das, mein Lieblings. Aber den Schlepperwutz brauche ich den Schlepper. Ich hab hier doch gar keine. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Endlich mal ein bisschen Feuerwehrarbeit. Transportieren Sie das Fahrzeugwerk ab. Und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Pol und ADAC. Einsatzfeuerwehrwinterberg. Und das ist die Streife, die kommt. Einsatzfeuerwehrwinterberg. So was auch lasst hinter. Ja. Ein Tag überstand. Ist geil. Achso. Habe ich eigentlich schon erzählt, wo ich den zugezogen habe? Beim PA-Lehrgang. Geil, ne? Nee, du solltest dich da hinstellen. Ey, das ist doch noch... Das ist das Auto, was eben gerade noch hier stand. Habe verstanden. Was geht auf dem Weg? Trau dich mal. Bin unterwegs. Alles klar. Auf dem Weg. Achso, das ist Christoph. Ich habe gerade gedacht, hä? Stell dich auch mal nicht wieder vor. Das ist mir relativ. Ampel-Auswahl durch technischen Defekt. Reparieren Sie die Ampel schnell, bevor es zu Unfällen kommt. Warte mal, bleibt mal gleich hier. Ich könnte danach weiter rücken. Nein, die können das nicht. Scheiße. Ich habe gedacht, ich komme um den Siemens-Techniker rum. Ach, Mann. Das ist ja doof. Der braucht doch den Siemens... Oder den... Wo ist er denn? Da, den Elektro-Reparaturdienst. Alarmieren. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. So. Welche BMA ist denn hier aufgelaufen? Oh, die BMA ist aufgelaufen. Goodie. Eins. Oh, ja. Ich sollte auch Fahrzeuge auswählen. So. Löschzug. Alarmierung bitte über Sirene. Was machen die denn hier, dass die hier ein Dauer- und Herzinfarkte kriegen? So. Der. Der. Und das NEF. Landort LW Winterberg. Florent Sauerland. Hier ist Florent Sauerland mit einer Alarmierung für die VfL Winterberg. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Wie kann... Das geht? Untertitelung des ZDF, 2020